So, weiter geht's mit der nächsten Mission in Meshins. Rießen Sie einen neuen Militärstützpunkt an, um mit seiner Hilfe gegen die umfangreichen feindlichen Aktivitäten vorzugehen, die in diesem erst kürzlich kolonisierten Sektor gemeldet wurden. Sobald derstützpunkt angerichtet ist, zerstören Sie alle feindlichen Militärmaschinen in diesem Gebiet. Jetzt müssen Sie sich bewehren. Seien Sie wachsam. Ende der Nachricht. Diesmal haben Sie Ende der Nachricht sogar hingeschrieben. Oh, wie schön. Was ist das denn jetzt für eine Mission? Achso, die Mission ist das ja noch. Hm, ich war schon im Mission. Weiter. Ich find das komisch, dass das Spiel ein bisschen ruckelt. Ich du, du. Lokalisierungsmodus bereit. Sensoren in Betrieb. Da hin. Ha? Du, bau mal. Mineralvorkommen lokalisiert. Begebe mich zur Baustelle. Ha? Du brauchst mal. Begebe mich zur Baustelle. Der Sammler sammelt. Transport wird durchgeführt. Ja? Mein Gott, ist das immer nah. Kann man nicht. Äh, ich kann nicht. Ich kann nur weiter reinzoomen. Ah, verdammt. Baut schneller. Los, baut schneller. Wo sind wir? 67%. 40%. Bau fertig. Erwarte einen neuen Auftrag. Chrisu. Chrisu, 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 Chrisu. Wir brauchen nämlich diesen Kollegen. Begebe mich zur Baustelle. Bau fertig. Erwarte einen neuen Auftrag. Mineralvorkommen lokalisiert. Brauchen. Begebe mich zur Baustelle. Und du. Lokalisierungsmodus bereit. Suchst jetzt diese Ecke. Suche abgeschlossen. Sensoren in Betrieb. Transporter bereit. Oh, noch ein Transporter. Ja? Transport wird durchgeführt. So. Locator ist unterwegs. Bau fertig. Erwarte einen neuen Auftrag. Brauche ich zivil? Ne. Bau fertig. Zivilforschung brauche ich nicht. Erwarte einen neuen Auftrag. Äh, Massenproduktion anempfangen. Na komm. Du willst doch auch irgendwo gebaut werden. Gib's doch zu. Begebe mich zur Baustelle. Jawoll. Jawoll. Transport wird durchgeführt. So. Du Kollege. Hä? Du brauchst noch so'n Ding. Begebe mich zur Baustelle. Mal repass bauen. Schöne Mehrzahl. Nicht gut. Bis zu. 92. Und er hat eins lokalisiert. Ja, dann machen wir mal das nächste da oben. Suche abgeschlossen. Mehr müsste ich für die Summation auch nicht gebrauchen. Ich geh tschuldig. Er hat 3000 Ressourcen. Er hat 1000 Ressourcen. Und der Kollege hat 1000 Ressourcen. Äh, hier oben war glaub ich nichts mehr. Und. Ja. Er ist unterwegs. Bau fertig. Er wartet neue Auftrag. Ja. Ja. Er stand auf der Baufläche von dem Ding. Deswegen ist der Typ da nicht rausgekommen. Wir haben vorkommen. Lokalisiert. Das hatte ich auch noch nie. Oh, den Transporter haben wir direkt hinterher fertig gebaut. Bau fertig. Er wartet neue Auftrag. Suche abgeschlossen. Durchgeführt. Ich stehe unter Beschossen. Ich gehe sofort los. Äh, ist egal. Du hast deine Aufgabe schon erfüllt. So. Du vorsprichst du das. Brauche Reparation. Ja. Werde angegriffen. Okay. Und. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Also. Gehst du nach da. Vielleicht ist da auch noch einer. Transporter bereit. Jawohl. 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 Geht mal dahin. Da. Begebt da auch mal einer nicht. Ja. Transport wird durchgeführt. Okay. Reepa betriebsbereit. Reepa betriebsbereit. Ja. Hier. Transport wird durchgeführt. Das wird ein. Wart ja nicht. Reepa betriebsbereit. Was für Ressourcen haben wir hier? 2400. Reepa betriebsbereit. Wie weit besieh ich meine beste Reepa? Ab 41% André. Er ist nicht interessiert. Ja. Ich gehe sofort los. Reepa betriebsbereit. Bauen wir nach dem Schussfänger. Reepa betriebsbereit. Ja. Ich gehe sofort los. Da komm. So. Hier verbrauche ich eigentlich zu mir. Ah ja gut. Dann. Noch mal. Was für Trupp bilden. Noch mal. F. F für Trupp bilden. Ah. Formation. Aha. Ja. Dann wollen wir auch mal spazieren gehen. Reepa betriebsbereit. Geh mal vor. Ich bin schon unterwegs. Ja, wie schrecklich. Das geht ja nie in diesem Spiel. Oh. Gut, Kanonfutter hat sich hier erfüllt. Und du sollst nicht den Reep abschießen. Reep abschießen. Reep abschießen. Äh, ja. So sag ich jetzt mal nichts. Steht mir hier, wollte ich jetzt sagen. Entwicklung abgeschlossen. Entwicklung abgeschlossen. Attacke! Ich hab schon lange aufgeklickt zu klicken, aber irgendwie hat das Spiel noch nach Verzögerung. Egal. Man kann nie genug davon haben. Und ich höre jetzt auf zu klicken. Schöne Verzögerung. Ich werde angegriffen. Ja, das glaub ich dir. Macht aber nichts. Krümeltrupp, weiter geht's. Krümeltrupp, dann ist das hier. Obwohl... ... ... Nicht bewegend bauen muss er haltst. Krümeltrupp. Ihr versagt euch jetzt da. ... Was ist da? Ja? Du baust noch einen Feuerschutz. Und jetzt gehen wir hier wieder rüber. Während die Mastproduktion weitergeht. Äh, wo muss ich nochmal oben lang? Ne, ne. Ich geh ab. Was ist hier? Pratsion Anlauf. Pratsion Anlauf. Anbogen aus. So verlässliche Einheiten. Diese KI. Ja, er schießt zurück. Wahnsinn. Er ist stärker. Unter ein Kettoschuss. Ja. Oh, ich bin mit Ries bereit. Oh, komm mal, er hat es nicht geschafft. Okay. Wie auch immer. Massenproduktion läuft. Na dann. Ich bin mit Ries bereit. Nehmen wir nochmal diesen Trupp. Ich bin mit Ries bereit. So. So. Jetzt gehen wir wieder spazieren, wenn ich das nicht versaut hätte. Angriff. Aber normalerweise müsste das schon reichen, um die Mission zu schaffen. Oh, was meinst du? 13 Reapers für die zweite, dritte Mission? Ich gehe sofort los. Das sollte klappen. Ich stehe mir die Viecher erst mal auf aggressiv. Ich gehe sofort los. Ja. 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 Ah. Oh, Gott. Diese Zielgenauigkeit. Ich werde angegriffen! Oh, was ist das denn? Ich werde angegriffen! Waffen werden geladen! Waffen werden geladen! Okay. Na, trau dich! Gut. Wie man sieht, Hügel kann diese Einheiten so gar nicht ab. Viel zu kompliziert. So. Waffen werden wir so bereit los! Waffen werden wir eingeladen! Jetzt haben sie nämlich das Segelrecht vernichtet. Oh Gott. Angriff! Na komm! Schon auf dem Weg! Waffen werden geladen! Angriff! Schon auf dem Weg! Oh Gott. Das ist ja... Das habe ich auch schon mal besser geschafft. Ich gehe sofort los! Reeper mit Reifs werden geladen! Was ist er denn hergekommen? Kann man da runter? Da kann man runterlaufen! Das sieht überhaupt nicht so aus! Reeper mit Reifs bereit! Das wär's dann wohl! Reeper mit Reifs bereit! Wer sich von hinten bis auf den Zentimeter heranschlägt und sich dann... Das wär's dann wohl! Nicht zu verteidigen... Okay. Nicht zu verteidigen... Ach... Nicht zu verteidigen! Obst du nicht, dass die Miene wurden... Waffen werden geladen? Und auch? Riep, 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 riep! Keinander... Riep, riep, ziep, riep, enormous тов 건가요? Riep, твор해야지. Riep, 나 섹돌! Ah, sie haben sich durchgeboxt. Oh, ich hab gewonnen. Okay, und meine Lenkung ist blockiert. Schreibt mich doch nicht so. Das ist, wenn man keinen Siegestone mehr hat. Ah, was sagt die Statistik? Wie viele Einheiten habe ich produziert? 14 habe ich auf jeden Fall verloren. Verluste, 16 Maschinen habe ich verloren und 14 hat der Gegner getötet. Schön. Das ist doch eine schöne Statistik. Naja, damit wenden wir doch mal diese Mitte.